Servus Leute, es ist soweit, wenn wir wieder mal Böller in der Neuzeit Das mal mit den Cobra B1, EU-Variante, wie man sieht, mit den Gurten, mit den DE, mit den Ranzreibköpfen So, das war's gewesen, dann können wir das Licht weg da Und dann sieht man den Bengal-Vorbänder besser, geht oder? Mhm Ja, das waren die Fünfe gewesen Nicht schlecht, gell? Die Reiberle Ja, also, bis zum nächsten Mal und zwei Fuß